Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2000 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wolfgang hat es geschafft. Diesmal ist er ein paar Sekunden schneller als beim letzten Mal. Wolfgang hat es geschafft. Diesmal ist er ein paar Sekunden schneller als beim letzten Mal. Ein Trampolin ist eine gute Möglichkeit, Gleichgewicht und Koordination zu trainieren. Ein Trampolin ist eine gute Möglichkeit, Gleichgewicht und Koordination zu trainieren. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Die Fähre bringt uns auf die Insel. Ich sehe schon den Hafen. Die Fähre bringt uns auf die Insel. Ich sehe schon den Hafen. Die Fähre bringt uns auf die Insel. Ich sehe schon den Hafen. In ein paar Minuten ist meine Nachtschicht vorbei. Dann kann ich nach Hause fahren. In ein paar Minuten ist meine Nachtschicht vorbei. Dann kann ich nach Hause fahren. Ich arbeite im Ausland und habe oft die Gelegenheit, abends mit meinen Eltern per Video zu telefonieren. Ich arbeite im Ausland und habe oft die Gelegenheit, abends mit meinen Eltern per Video zu telefonieren. Dieser Parkplatz ist kostenpflichtig. Das Parken kostet 2 Euro pro Stunde. Dieser Parkplatz ist kostenpflichtig. Das Parken kostet 2 Euro pro Stunde. Lauf nicht so weit weg. Bleib in Sichtweite. Lauf nicht so weit weg. Bleib in Sichtweite. Lauf nicht so weit weg. Bleib in Sichtweite. Mein Bild ist fertig. Was soll ich jetzt tun? Mein Bild ist fertig. Was soll ich jetzt tun? Warum ist der T blau? Woher kommt diese Farbe? Woher kommt diese Farbe? Warum ist der Tee blau? Woher kommt diese Farbe? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kurz vor dem Bezahlen habe ich Blickkontakt mit einer Freundin, die am Kaffee vorbeigeht. Kurz vor dem Bezahlen habe ich Blickkontakt mit einer Freundin, die am Kaffee vorbeigeht. Ich verstehe dich und werde dir in dieser schwierigen Situation helfen. Ich verstehe dich und werde dir in dieser schwierigen Situation helfen. Ich würde mir auf keinen Fall etwas unter die Haut spritzen lassen. Ich würde mir auf keinen Fall etwas unter die Haut spritzen lassen. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Damit falle ich auf und werde beachtet. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Damit falle ich auf und werde beachtet. Ich habe den Kuchen aufgegessen. Er hat gut geschmeckt. Hast du noch ein weiteres Stück für mich? Ich bin Architektin. Ich plane hauptsächlich den Bau von Brücken an deutschen Autobahnen. Ich mache mir Notizen für die morgige Sitzung. Wir müssen unserem Investor ein überzeugendes Konzept vorlegen. Ich mache mir Notizen für die morgige Sitzung. Wir müssen unserem Investor ein überzeugendes Konzept vorlegen. Jetzt musst du gut aufpassen, mir zusehen und zuhören. Jetzt musst du gut aufpassen, mir zusehen und zuhören. Unser Team ist hier, um dein Problem zu lösen. Wir haben Spezialisten für alle Bereiche. Unser Team ist hier, um dein Problem zu lösen. Ich kümmere mich um den Gummibaum und besprühe die Blätter. Ihr sollt im Haus nicht immer so schnell rennen. Ihr sollt im Haus nicht immer so schnell rennen. Ich möchte euch eine neue Idee vorstellen, die uns in der Zukunft die Arbeit wesentlich erleichtern kann. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gummiba 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 Vielen Dank.